Moin Werder Fans, mein Name ist Wolf und heute zu Gast bei mir ist Dominik, der versucht diese Karten gegen Hoffenheim zu gewinnen. Moin zusammen, ich bin Dominik, bin 24 Jahre alt und komme aus Stua und ich möchte die Karten heute für meine Schwester und meinen Schwager gewinnen. Ja gut, ne? Ich würde sagen, ein guter Kick. Mach's gut. Oh, knapp, von dem willst keiner sagen. Nee, aber knapp, wie wenn ich höchst drauf will. Dann auch noch, nach Einwechslung Tor von Grilic und guten Morgen. Wenn du schon mal 5 Minuten machen solltest. Ja, aber ich weiß schon, man. Ja! Aber ich habe Kruse. Das ist ja unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Man weiß, wenn es am Wochenende nur so sein sollte. Jetzt pfeift er ab, wo ich den Baller-Ober keinen Pass kriege. 3 Meter vom 16er-Ober auf den Baller und pfeift er ab. Ich glaube, was der Abschluss abgeht. Raffaul, der fummelt nicht zu viel. Raffaul, der fummelt nicht zu viel. Sitz und Sitz aus der Mitte ist. Raffaul, der fummelt nicht zu viel. Ich hab' nicht gehört. Das ist das, was ich jetzt gerade. Das ist die Sitzung. Nee, nee. Ich bin nicht für Liga. 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 Sie haben immer noch ein paar Gäste bekommen. Das hat sich gedacht. Das hat er schon gesehen. Da hat er so Musik aufgefallen. Komm schon! Der Bauer schnappt ihn ganz ab. Nein, das ist Abseits. Nein, Gott nicht. Wir haben Abseits gegriffen. Ich hoffe, dass sie diese Opposition auskacken. Sie haben heute sehr gut gemacht, Alan. Ja, sie haben. Weil das Gegenteil nicht nur die Chancen in diesem Tor. Das wäre einiges abweichert. Ja, krank. Heute war eine enge Kiste. Aber die Karten bleiben bei mir. Und ich gehe ins Stadion. Und ich gehe ins Netz, denn ich gehe ins Beobacht. Ja, ich gehe ins Spiel. Ich gehe ins Ingenheim. Ich gehe ins Bild. Ich gehe ins Bild. Vielen Dank.